und wieder mal herzlich willkommen bei jojo spielt arg so warum habe ich heute keine webcam an ganz einfach weil ich mit einem programm aufnehmen und da gibt es noch bisschen schwierigkeiten mit der webcam wir wollen was denn hier passiert wieso ist das denn hier wir wollen uns mal jetzt ein aktiver werden und werden jetzt erstmal holz für file und bo und das alles machen dass wir dann aufschönen leveln können brauchen wir noch ein bisschen dann müssen wir auch noch jagen und das alles ich brauche ein bisschen holz hier haben wir schon genau das wollte ich gut nicht diesmal keinen schaden gekriegt ok wunderbar da können wir noch ein bisschen eisen fahren gibt der eisen nein aber sollte eigentlich hat die raum schon wieder ab und ich brauche denn ich brauche ja auch hier meine rüstung auch bleibt mal stehen ich will dich haben ok hier haben wir auch ein bisschen essen ich könnte es auch reinziehen aber der gibt doch mir glaube ich ne ja jetzt habe ich den tod gucken ja sechs mal leder ok ist auch nicht viel ich habe hier noch welche gesehen wo sind die wo seid ihr der läuft da immer noch herum dann wollen wir schauen dass ich hier kein anderen tier begegne da habe ich dann schon wieder ach ich muss ich annehmen ja da kommt man immer schnell durcheinander viel zu wenig für damit ich nicht friere so dodo jetzt stirbt ja ok der andere gibt mehr leder der hat uns aber dafür gibt der tod mehr fleisch wieso steht denn hier eine truhe was soll denn das denn hier wer hat hier ein kompost behälter hingestellt ja bleib mal da stehen ich brauche dann fleisch weil ich muss jetzt was im ofen reinlegen damit ich auch was zu essen habe und ja wie er es mitgekriegt hat bei jerry der hat es ja schon erwähnt dass radstürmer ein wasserschaden hat naja wenn ich die leitung sehe die hier am haus ist und er so eine alte leitung hat dann ist es ja auch kein wundern ne halt doch mal stehen wie sollte ich denn erwischen ja klar der kommt doch hoch gerannt und ich nicht oder wie wo ist er denn jetzt klein schluck auf habe ich dann wollen wir mal hier den baum abfallen ne ist er kein baum ich sehe da noch was da am strand oh ne mit dem wollen wir uns nicht anlegen das wäre auch ein bisschen zu gefährlich für uns das ist das ist kacke ja wir wollen dann mal langsam anfangen für uns schon mal alles vorbereiten dass wir uns dann auch wenn das soweit ist ein vogel holen können und schön level jojo gib mir da ein metall ist nicht doll was er am metall gibt aber es gibt hier auch sachen wo ich mit mehr metall kriege aber ich habe so eine steine hier noch nicht gesehen das ist es ja jetzt kann ich nicht abbauen oder nein das geht noch nicht das geht leider noch nicht ok aber ich habe den vier immer noch nicht entdeckt brauche noch ein bisschen mehr leder 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 da ist er aber da gibt es so wenig leder obwohl er größer ist als ein dodo gibt er aber wenig leder muss ich sagen muss auch was fest essen da fängt er schon wieder weg die sau hast du immer noch nicht genug von wegrennen so entspannt habe ich abgeschlagen oder wie und bleibt doch mal stehen wieso habe ich ihm nicht getroffen eben denkst du jetzt hier die spitzhacke eingeschlagen wenn du jetzt stehen bleibst guck mal die macht der rennt hier immer im kreis herum lass mich mal hinstellen und warten bis er zu mir kommt komm das ist mir aber langsam zu blöd hier hinterher zu laufen ich würde mir jetzt einen Pfeil und Bogen machen oh ich kann aber schon gar nicht mehr laufen ich muss Fleisch reinlegen ich muss was im essen haben aber ich könnte erstmal auch ich hier noch zwei dodos töten zweimal leder wo ist der andere dodo war nicht hier noch ein dodo ich habe auch zwei gesehen hat er das so weiter gesucht sieht so aus ach jetzt weiß ich warum die dodos ausgestorben sind wegen uns von den argspielern ha und jetzt schon mal sieben leder gegeben wunderbar dodo wo bist du kleiner sie ist der dodo da hinten ist eine den hole ich mir ist ja auch auf dem richtigen weg ne die hörste die 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 das sind ganz andere oh 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 ich bin am verhungern da ist auch nicht gut toll stirbt doch jetzt sechsmal leder gut da kann ich mir gleich was pasteln aufbauen hier ist dass wir gar nicht gefolgt hat mir geklaut der hat mir geklaut wer hat ihn denn hierher geschleppt ich nicht ja die leben ja am wasser stimmt und ich bin auch so langsam was steht denn da level 31 ok ja aber ich habe jetzt nichts essen das ist auch das gute daran wir müssen hier lang und das schönste ist er liegt vor der tür öffnen das nicht den brauche ich aber man kann mich gleichen bogen bau jeder brauche ich für meine klamotten nur einmal hat er mir das okay warte mal hat doch gesagt man kann auch vielleicht ja auch klein hauen was hat er mir geben nix das kann drinnen bleiben aber er gibt kein leder das ist natürlich ein bisschen ärgerlich schließen inventar öffnen dann machen wir das einmal stapeln halbieren 48 48 passt doch genau das nimmt ja nicht weil das ja menschenfleisch ist denke ich mal wohl vielleicht konsum auch so feuer entzünden doch die herstellung da brauche ich noch farben die farben haben wir ja hier irgendwo wo sind die farben jetzt okay dann war das hier hinten irgendwo ja hier herstellung einmal herstellen zehnmal erfüllen da dann noch stroh alle herstellen so dann wollen wir mal was herstellen alle herstellen wunderbar dann haben wir schon mal womit wir uns auch besser verteidigen können um den vogel abzuschießen dort so das packen wir denn wir machen ja nicht mal hier eine truhe schließen manchmal wieder auf ihr gehen braucht eine truhe hatte ich noch nicht entforscht ja ich habe keinen jetzt wollte ich sagen persönliches eigentum aber das geht doch jetzt nicht kiste wo ist denn die kiste benötigt kiste bin ich bescheuert muss doch eigentlich ziemlich weit oben sein die kiste ne ja da ach die muss ich erst bauen wo hat er den denn stehen wo hat er den denn stehen den hat er bestimmt umstehen ne ich hoffe dass ich jetzt hier bauen kann herstellung stroh füllt mir ja du kannst mich mal du scheiß viech stroh war hier hinten da müssen wir noch was holen dann kriegte ich auch hier im inventar einmal herstellen ich brauche holz da müssen wir jetzt mal wieder holz sammeln oder wie dann sagen wir mal holz den kann ich noch nicht aufmachen weil er grün ist aber wir können ja mal gucken greift er mich an eigentlich müsste der erschlagt werden ich habe ihn erledigt wunderbar jetzt nicht gedacht das ist dass ich den erledige ja okay metall sachen sind ja auch besser als stein ne wo ich kann ihn aufmachen ein bauplan sattel wunderbar der ist mir aber gefährlich dann müssen wir noch nakota sammeln und da kann ich die ersten gefreile machen für mein der bräuchte mindestens paar hundert der ne weil die sind ja wissen scheiße der ist mir zu stark noch dann kann ich ja nur mit besserer rüstung angreifen so kann ich jetzt den schrank bauen herstellen ja einmal herstellen wenn ich den jetzt angreifen auch vom schwanz erschlagen aber das ist ja kein problem hier müssen wir lang sammeln müssen wir auch noch machen fällt mir gerade ein ich hoffe dass er mich nicht sieht das große Vieh das könnte man natürlich ja auch erledigen aber ich habe jetzt die Waffen nicht so was sagte der so 20 minuten okay dann wird das bisschen länger weil ich ja noch wo ist denn meine Leiche die muss doch hier liegen aber schnell alles hierher ein bauplan auch das auch das habe ich jetzt feilig ah das wäre auch gut durch den toten bräuchert die fall ja schon mal nicht mehr machen cool mein feil mein schrank das eisen die kiste brauchen wir nicht die lassen wir hier drin aber das hohe fleisch nehmen wir mit ok wir gehen jetzt diesmal aus dem wege mein freund hier lag noch irgendwo was oder schon gespawnt keine ahnung aber da vorne kommt noch was die nicht töten kann ich muss ihn nur auf mich lenken kommen stirbt ja ich habe ihn und noch schnell einmal so das ist ja auch schön tot durch den prontozaurus ne der war das ja ich sehe jetzt nicht ob der aufgenommen hat aber ich habe jetzt paar mehr gemacht so kann ich den auch töten nein den kann ich noch nicht aber ich hole das für meine sachen und dann ist die folge auch eh vorbei und wie immer der jojo stirbt das ist ja nichts neues haben wir hier über die klippe oder über die dünen besser gesagt und da vorne muss meine leiche liegen ich hoffe der greift mich jetzt nicht an ne und ich habe sogar bisschen fleisch noch haha was ich im ofen packen kann so dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten mal und nicht vergessen zu abonnieren kommentieren teilen liken und zuschauer fragen zu stellen bis dann euer jojo 1968 bis dann tschau